Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern SkyBlog 3. Ja, ich habe gerade festgestellt für mich selber, es gibt einen kleinen Bug bei mir. Also insgesamt in dieser Modern SkyBlog-Version, die ich habe. Denn wenn man Gentistry eingibt, sieht man ja diesen Blank-Gen-Sample. Es gibt ja noch den zweiten, den man auch in dieser Quest hier erledigen muss, und zwar den Genetic Template. So, ich kann jetzt hier draufdrücken, man sieht halt das Rezept nicht. Ich habe durch Zufall dann rausgefunden, es gibt ein Rezept, und zwar das hier. Also die, wo das noch nicht wussten, wie ich. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Genetic Template und habe somit meine Quest abgeschlossen. Hurra, hurra. Und jetzt wird auch gleich dann der nächste größere Teil dann freigeschaltet, und zwar das Creating Live-Zeug, das wir jetzt dann auch herstellen. Dann habe ich mir da draußen jetzt mal die Maschinen umgestellt. Und zwar, ich habe jetzt auch schon ein bisschen mit den Bienen herumgespielt wieder. Hier laufen jetzt die ganz normalen. Hier läuft schon eine Diligent. Und hier läuft meine Kamen. Äh, das soll einfach nur laufen und schön Spaß haben. So, dann habe ich jetzt hier meinen Genetic Templates. So, und jetzt möchte ich eigentlich haben, dann habe ich mir nämlich auch noch einen Ofen hier reingezimmert. Weil, äh, ich brauche nicht alles doppelt und dreifach, sondern mir reicht einer. Ja, und jetzt habe ich hier die Kamen. Ja, jetzt gehe ich dann hin und sage, okay, dich nehmen, Kamen rein. So, und jetzt habe ich dann hier die Spezies Kamen. Und jetzt seht ihr auch, wenn ich jetzt da draufgehe, äh, er schreibt mir jetzt drauf, diese Kamen hat folgende Funktionen. Also, never sleeps miss, also never sleeps, äh, flowering und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt alles in diese Biene mit, äh, diesen schönen Teilen hier rein, äh, verfrachten. Und dann kann ich daraus eine Ignoble, äh, Queen oder, oder, äh, Princess machen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat eine, die stirbt. Aber ist ja kein Problem, weil man kann ja Drohnen züchten. Macht man das im Bienenhaus, kann die Königin oder die Princess nicht sterben. Man muss halt die ganze Zeit das mit der Hand machen. Ja, aber man kriegt sie, soweit ich weiß, wieder zurück. Ist ja alles, äh, null Problemo. Genau. So, dann haben wir auf jeden Fall auch mal das Thema noch abgehandelt. Also, wie gesagt, ich kann jetzt das alles dann nur noch mit reinklatschen. Und wenn das Ding fertig ist, kann ich dann mit den nächsten Maschinen halt das, äh, machen. So, dann habe ich jetzt dann hier sozusagen diese Maschine kann ich, äh, mit dem Imprinter kann ich dieses Teil hier kopieren. Also, das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich mache mir jetzt eine, äh, eine Biene, kann ich hier hingehen und sagen, okay, ich mache mir eine Sicherheitskopie. Oder wenn, wenn man auf Servern spielt und sagt, okay, pass auf, äh, ich habe, ich habe hier eine richtig geile, ähm, Kammendbiene. Oder, ich sage jetzt mal, in unserem Sinne wäre jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand auf dem Server wäre und der hätte sozusagen, äh, diese, diese Biene für den Bee-Collector, ne? Dann könnte ich sagen, ja, okay, du, pass auf, ich habe jetzt die Ölbiene, äh, schon hochgezüchtet. Du kriegst die Ölbiene, dafür kriege ich die Biene. Na, dafür ist das, finde ich eigentlich am meisten da. Ja, und ein Transposer ist halt das, dass man das halt in die Biene, äh, reinimpft. Also, das heißt, wenn ich jetzt finde, ich habe jetzt zum Beispiel, äh, aus einer, ähm, Modest, glaube ich, also aus der Wüstenbiene, äh, die hat ja, ähm, Nachtaktiv. Na, das kann man ja dann auch als Gen rausziehen. Dann kann man ja sagen, okay, pass auf, ich mache jetzt die Nackt, die Nacktaktiv, genau, mit CK. Ja, ähm, also die, die, äh, Nachtaktive, ähm, tue ich raus und tue es in diese, in, in meine ganzen Biene mit rein. Das heißt also, die Biene läuft die ganze Zeit. Dann kann ich vielleicht noch, ähm, eine Biene haben. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt hier ist, aber wenn jetzt zum Beispiel ja noch, äh, Biene mit drin wäre, dann hat man ja noch die Möglichkeit zu sagen, okay, da gibt es dann, äh, Wasser, also die, wo auch, äh, Regen aushält, ähm, und so weiter und so fort. Ja, das ist ja alles möglich oder dass die auch in, äh, dass die keinen, keinen Himmel brauchen. Das kann man halt alles mit ein, mit einbauen, genau. So, gut. Und dann haben wir jetzt, äh, genug drüber geschwafelt. Dann schauen wir uns mal schnell die Bienchen an. Äh, oder auch nicht. Das ist, ich hab gesagt, das ist das Schlimmste, was es momentan gibt hier. Ich krieg keine Coms. Jawohl, aber meine Diligent ist jetzt schon mal so weit, dass ich jetzt auch Drohnen züchten kann. Bei der Carmen ist das leider noch nicht so. Äh, da krieg ich immer wieder mal was anders raus. Ja, aber wenn man es jetzt sieht, ne, ich hab jetzt gerade mal vier Coms rausbekommen. Ja, wie kommt's? Ja, hm. Dann ist es halt nicht gerade, äh, sehr prickelnd, weil wenn man halt ein bisschen Bienen analysieren muss, braucht man auch nicht. Ja, dann braucht man das, ähm, darum brauche ich jetzt ganz dringend die nächsten Maschinchen. Äh, damit man, äh, weiterkommt. So. Dann kommt das jetzt erst mal hier rein. Und zwar, ich hab Meadows und Forest da drin. Meadows Forest. Meadows Common. Und Meadows Forest. Und nochmal, äh, zum, zum Verständnis. Also alles, was man jetzt hier in diesen Reitern findet, ne, also Lifespan. Shorter. Slowest. Slowest oder slower. Man kann ja auch den zweiten kriegen. Äh, Flower Type. Äh, Fertility. Weiß ich nicht, ob der auch mit drin ist. Wär super. Ne, weil dann hätten wir zum Beispiel jetzt dann drei. Ich glaub, vier ist das höchste. Dann Territority. Effekte. Äh, Klima weiß ich nicht. Und dann aber das auf jeden Fall. Ne, ob, äh, Nocturnal, also ob die tolerante Flieger und so weiter und so fort. Dann, äh, Cave. Was man als Produkt bekommt. Also das kriegt man jetzt nicht raus. Aber alles, was jetzt, glaub ich, hier drin steht, kann man als Gen, äh, sozusagen erhalten. So. Dann haben wir jetzt noch die. Schauen wir mal, ob wir jetzt, äh, vielleicht Glück haben und wir kriegen schon mal unseren ersten Propolis. Aber ich hab da mal ganz, 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 äh, tiefe Zweifel. Oh, doch. Ich mein erstes Propolis. Das Problem ist jetzt halt nur aus dem Propolis. Ah, okay, ich brauch ein Silky Propolis, um das rauszukriegen. So. Dann schauen wir mal. Ich hab mein erstes Anfilm, ich hab wieder mal ein Anfilm, sehr schön. Denn er weiß nicht, was er da jetzt rausgekriegt hat. Sehr schön. Doch, alles toll. Gut. So, dann, äh, tun wir mal schnell die Bienen nach oben in die Kiste schmeißen. Das ist jetzt momentan nämlich nicht Sinn und Zweck. So, dann brauch ich jetzt als nächstes, auf jeden Fall, wir wollen, wir wollen ja so schnell wie möglich zu dieser Biene, dass wir an die Hühner rankommen, dass uns die Ressourcen nämlich irgendwo vorbeigehen. Weil sonst muss ich den, äh, komplett mit Bienen halt, äh, herzüchten. Ich brauch auf jeden Fall, das, Phosphor muss ich mir auch noch angucken. Aber wir gehen jetzt erst mal hin und sagen, okay, creating life. Ähm, ähm, der interessiert mich nicht so. Mich interessiert das da. Mutagenproducer, Mutrat, 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 Mutrat Thron und der Advanced Mutrat Thron. Äh, Genetic Labware haben wir schon erledigt. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen jetzt, äh, Muttergenproducer. Dann schauen wir mal, was wir alles da haben. Und, äh, was wir alles brauchen. Das ist mal wieder dunkel. Wir legen uns hin. Okay, ja. Da ist mal wieder einer. Tag, tschüss. Ich hab jetzt immer wieder die Befürchtung, dass, wenn ich jetzt den da reinschmeiß, ich mal wieder... Nee, geht sogar. Aber ich find's immer fantastisch. Also, es ist der Wahnsinn, was ich da an Material bekommen. So. Wie gesagt, wenn ich die... Das Lustige ist ja, wenn man dann, äh, soweit ist und, äh, die, die ganzen, die ganzen Overpowered Mods, äh, dann hat, es ist eigentlich scheißegal, dass man sie hat, weil, äh, man hat sowieso schon zu viel. Weil, äh, ihr kennt mich, wenn ich dann anfange, die Hühner aufzubauen, äh, wenn das dann auf jeden Fall von den, von den Hühnern, die, wo ich am meisten brauche, äh, werden, äh, genügend laufen. Und dann ist auch Material, äh, nicht mehr das Problem. So. Haben wir jetzt alles. Ziemlich viel. Wir machen mal schnell Live-Sorting. Und nein, wir sortieren nicht nur das Leben. Auch wenn ich Ausgleich habe, wie ich los. So. Das kommt noch weg. Na, jetzt haben wir wieder eine halbfreie Kiste. Und das nur mal schnell, um, äh, ein bisschen da, was aufzuräumen. Greg hat's drauf. Genau. Gut erkannt. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal schnell zu unserem, ähm, zu unserer Schmelze. Den müsst nämlich eigentlich, ja, die ist auf jeden Fall durch. Kann ich die dann schon mal wieder fortieren. 16 Blöcke an Bronze. Das muss auf jeden Fall reichen. Ich muss auf jeden Fall auch noch die Kiechen oben, äh, noch machen. So, also, wir brauchen auf jeden Fall einen Muttergenproducer. Das heißt, ich brauche ein Casing. Ich brauche ein Mutterthronen, brauche ich zwei Casings. Und den Advanced Mutterthronen, okay, das heißt, ich brauche zwei Casings. Das heißt, wir brauchen als erstes Mal 16 Prosse. So, solange ich hier nämlich alles herstellen kann, bleibe ich nämlich hier. So, dann hätte ich gesagt, machen wir einen Hopper. Der ist auch ganz schnell erledigt. Habe ich auch alles da. Dann brauchen wir als nächstes das Power-Modul. Dafür brauche ich, äh, dafür brauche ich jetzt die Zahnräder. Das heißt, das geht da rein, das geht, ja, hier raus, dann das rein, das raus, das an. wird, da können die Zahnräder schon laufen. So, was brauche ich dann als nächstes? Ich brauche, Fistens habe ich, ich brauche auf jeden, wofür brauche ich denn überhaupt? Eins, zwei, drei, vier, vier Stück brauche ich. Ich glaube nicht, dass mir die Zahnräder reichen. Muss ich dann hoffen, dass sie mir so reichen. Nee, ist egal, das machen wir gleich. Ähm, wir gehen jetzt hier hin, für das Stück. Dann schmeißen die gleich wieder in die Schmelze. Vorher produzieren. Hab gedacht, ich hab jetzt so viel Blöcke gemacht, wird locker reichen. Nö. Einfach mal nö. Aber ist egal. Mach mal nochmal welche. Nehmehr Zeit. Wir sind dann der Schrittschritt Gimbel auf der Flucht. Wir haben jetzt 24 von denen da. Dann gucken wir mal, wie weit das wir kommen. So, das heißt, jetzt von dir brauche jetzt davon hier. Und ich brauche noch Gold, ne? Genau. Davon Acht. Ja, hab noch genügend. So. Dann kommst du da hin. Und ich hab meine vier. Danke. So, dann brauche ich jetzt aber diesen. Ne, für dich brauche ich nichts mehr. Mutter gehen Teil da. Das, äh, Tin Inget. Dann mache ich mir einfach mal ein paar Glas Paints. Äh, eins, drei. Ja, ich kann bis 16. Ja, ich kann bis 16. Nein, ich hab das Rezept einfach nur verkehrt rum im Kopf gehabt. So, und wir haben den Muttergenproducer. So, Teil 1 erledigt. So, dann brauchen wir den Mutterthron. Das heißt, ich brauche jetzt das da als nächstes. Das heißt, ich brauche mal wieder Diamanten. Mach mal gleich 16 Stück. Und da machen wir auch gleich 16 Stück. Muss man mal gucken, ob das wieder so klappt, wie es jetzt immer. Vielleicht habe ich wirklich nur Glück gehabt. Also das Wasser hat ewig gehalten. Das hat richtig Spaß gemacht. Okay. Äh, wir haben Diamanten. Wir haben das. Äh, das brauchen wir für das Teil noch. Ja, Klarscheiben habe ich noch. Genau. Ich brauche jetzt nochmal. Also von den Mutterthronen brauche ich drei. Und für den AdWords brauche ich gar keinen. Das heißt also, ich brauche auf jeden Fall davon schon mal sechs Stück. Habe ich. Dann brauche ich noch Redstone. Sechs Stück. Und jetzt brauche ich noch den Genetik-Prozessor. Dafür fehlen mir jetzt noch. Äh, wie viel brauche ich davon? Für dich brauche ich einen. Für den AdWords brauche ich zwei, also drei. Und ich brauche für dich, genau, das heißt drei. Das heißt, ich brauche nochmal das. Und das. So, dann habe ich jetzt, glaube ich, alle drei. Und dann gucken wir mal, ob ich jetzt auch dafür alles habe. Oh, nee, ich brauche nochmal einen Mutagen-Tank. Ich habe mal dadurch, dass man es drei Mal falsch gemacht hat, haben wir uns ja gemerkt. Wir gucken hin. Jawohl, er hat einen, er hat einen entdeckt. Und jetzt brauche ich mal, ich brauche davon wieder was. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe da die Befürchtung, dass es mir nicht reichen wird. Ah, vielleicht könnte ich noch einen, einig könnte ich vielleicht sogar noch haben. Nein. Doch nicht. Ich habe es leider, ich habe es leider vermutet. So, dann räumen wir mal alles auf. Restlichen Zahnräder kommen da rein. Müssen wir noch warten. In der Zeit kann ich noch ein bisschen was aufräumen. Und zwar, den Zaun kann ich noch wegräumen. Vor allem, ich hätte definitiv, äh, äh, hätte es mir nicht gereicht, weil mit einem wäre ich nicht weit gekommen. Ja. Und da werde ich auch mit einem nicht weit gekommen. Und jetzt ist es schon wieder Nacht. Wir legen uns hin. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich genügend Redstone habe. Das darf ich nämlich jetzt gleich Redstone herstellen gehen. Wie viele Blöcke habe ich? 24. Ich nehme mal neun Stück mit. Wenn das jetzt so funktioniert, wie ich mir das einbilde. So. Dann kommt als allererstes die wichtigste Maschine. Den Mutatronenproducer kommt da hin. Und der Advanced Mutatronen kommt da hin. Bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. So, das heißt, du kommst da hin, du kommst da hin. Und Strom anschließen und Strom anschließen. So, wie viel kannst du aufnehmen? Du kannst 5 Millionen RDF aufnehmen und du kannst 1,6 Millionen RDF aufnehmen. Das heißt, jetzt habe ich auch einen Grund, äh, ein bisschen blöd rumzustehen. Dass ich dann da auch genügend Energie reinkriege. Weil ich ja noch, äh, das da habe. So, aber wir könnten mal schnell was gucken. Und zwar, äh, habe ich den Projektor... Ja, unten in meine Kiste reingeschmissen. Habe ich dich hier reingeschmissen? Ja. Das heißt, ich brauche jetzt bitte das Buch. Dann gehen wir mal ins Buch rein. Und zwar, ich brauche diesmal... Power, Wire und Generator. Und zwar den Dieselgenerator. Nämlich das, äh, Büchlein. Und ich... Und baue mal den Dieselgenerator da auf. Weil das den eigentlich jetzt langsam mal Sinn machen, ne? Weil ich brauche mehr Strom hier. Nur, ich werde es... Näm, ja genau. Ich hätte mal vielleicht noch einen Bodenblock mitnehmen sollen. So, äh, ich habe mir das Buch dabei. Ich habe es ja auch noch offen. Okay, das heißt aber, ich bräuchte bitte das genau andersrum. Ah, okay. Das macht man so. Kann man das Ding eigentlich auch rotieren? Mittelklick to... Mittelklick to rotate. Ah. Dann gibt es das Gespräch. Sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt dann hier... Ne, der ist so. Ähm... Auf jeden Fall 3, 1... Doch, 3 bin ich drin. 1, 2, 3... Und dann kommen wir mal dich so weit weg. Ja. Ja, okay, das ist doch immer noch zu nah dran. Aber dann haben wir jetzt dann alles hier. Okay. Dann, was sagt jetzt mir mein Buch? Was ich dazu brauche? Ich brauche Steel Scaffolding. Ich brauche Floodpipe. Redstone Engineer Block. Heavy Engineering Block. Generator Block. Und Radiator Block. Herzlichen Glückwunsch. So, aber in der Zeit, ne, war ich jetzt sozusagen... Am besten ist, das weiß ich, Uran. Aber, ähm... Ich weiß, dass man mit Botanien da hinkommen könnte. Aber es ist auch eine Alternative der hier. Ich schmeiß den jetzt einfach mal rein. Und ich glaube, ich kriege aus einem Eimer Block auf Redstone. Weiß ich nicht, ob da Kindestwie überhaupt mit drin ist. Ich glaube nämlich meistens nicht. Aber ich glaube, ich kriege 0,9 raus. Ja, und wie gesagt, und der frisst der bestimmt dann noch mehr Energie. Wenn ich die Bienen herstellen muss. So, jetzt müssen wir mal... Halt. Wir sind mal wieder gespannt. Was der rauskommt. Und der ist jetzt energietechnisch ja schon fast leer. Okay. Also, schmeißen wir uns mal schnell runter. Ich weiß gar nicht, was ich alles für den Diesel-Generator noch brauche. Also, dann heißt es, wir brauchen Immersive. Ich brauche jetzt was? Also, Steel-Scaffolding. Davon habe ich noch 5. Beziehungsweise, ich schaue mal, ob ich den Diesel-Generator auch eine Quest habe. Heavy Machinery. Das ist Lubrikant. Das ist der Biodiesel. Da kann ich noch Wasser destillieren. Nee. Okay. Also. Ich brauche 6. Ist klar. Aber, ich sehe gerade was. Das ist super. Ich habe 6. Dann brauche ich 5 Fluid Pipes. 2. Ja, ich kriege die Dünne zu. Bin mal gespannt, wann ich das mal richtig mache. Also, das heißt, wir brauchen 6 Eisenplatten. So, kannst du laufen. So, dann haben wir, äh, das soweit. Das nächste müsste es fallen. Dann bauen wir einen Redstone Engineering Block. Habe ich 3. Wir brauchen 6, soweit ich das gelesen habe, ne? Nein, wir brauchen einen. Gott. So, als nächstes brauchen wir dann den Heavy Engineering Block. Okay, dafür brauchen wir jetzt Stahl. Dafür brauchen wir Steel Mechanical Komponenten. Wir brauchen Pistons. Ich glaube, wir gehen vorher die Pistons aus. Okay, das heißt, ich brauche jetzt... ...eben, ich brauche Stahl. Vielleicht reicht es ja, was ich habe. Ich nehme jetzt mal das ganze Stahl mit, was ich da habe. So, um die zu produzieren, brauche ich 2 Stück. Ich brauche davon 6 Stück. Ähm, okay. Das heißt, ich brauche 12 Stahlplatten. Gut. Ich brauche mich das jetzt mittlerweile ein wenig nervt, ne? Dass ich da nur einen Table drin habe. Kommt jetzt ein 2 dahin. So. Dann kann ich das Gespräch. So. Dann kann man das auch. Dann haben wir die 12 Platten. Ich komme jetzt dann da rein. Also ich brauche... Was habe ich gesagt? Ich brauche... Das heißt, ich brauche noch mal 12. Okay. Äh, habe ich noch Koks da? Oh, ne, ich habe noch Stahl da. Das ist viel besser. Wir legen uns gleich wieder hin. Dann kommt auch keiner uns besuchen und will uns dann ja viel rüberhauen. Das dauert noch. So, in der Zeit machen wir mal die Pipes. Wir haben jetzt gesagt, wir brauchen... Fünf Stück davon. Gut. Er ist fertig. So, jetzt habe ich 12. Das heißt, da und da. Dann haben wir 6. Dann kommen die jetzt hierhin. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall 16. Das reicht auf jeden Fall auch. Und ich brauche noch Elektrum. Ich hoffe, dass ich jetzt noch genügend Elektrum habe, aber... Ich schließe meine Wette ab. Gewonnen. Ja. Es war mir jetzt irgendwie klar, dass das nicht klappen kann. So, dann lassen wir uns das mal schnell rausschütten. Und diesmal warte ich, bis er fertig ist. Sobald nämlich das Elektrum umgewandelt ist, soll er das zuerst rausschütten. Und weg. Sehr schön. Ich habe mir mal gedacht, Gold hat einen ganz niedrigen Schmelzpunkt. Ja, aber so niedrig kann auch nicht sein. So, wir sind jetzt schon bei 2 Blöcken. Insgesamt glaube ich, sind wir dann am Schluss bei 4. So, wir machen das mal ein Ende. Dann darfst du jetzt zu weitermachen. Ich brauche wie viel? Ja genau, mir reicht glaube ich ein Block. Schöne ist, in der Zeit, wo ich hier also rumbastle, kann der da oben halt versuchen, das alles durchzujagen. Vielleicht klappt es ja noch in der Folge. Ich sehe das zwar sehr, 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 sehr. Kritisch kann man nicht sagen. Euphorisch glaube ich passt besser. Aber vielleicht, also, ich will auf jeden Fall den Dieselgenerator fertig kriegen. So, dann haben wir jetzt dann die 12 Stück plus den einen, den ich noch habe. Da sind wir bei 13. Dann haben wir den nächsten. Dann brauche ich jetzt 4 Generatorblöcke. Ja. Der Generatorblock, das ist dann ein Kinetic Dynamo, Stahl und Elektrum. Und ich brauche 4. Das heißt, ich brauche jetzt 4 Elektrum. Das ist kein Problem, weil ich habe noch einen hier drüben drin. Wie viel von den Wiren habe ich noch? Viel zu wenig. Wir machen mal schnell 16 Stück. Der Ring geht weg. Wir schmeißen dich rein, dann kannst du schon mal laufen. So, ich bin genau, äh, das da. Dafür brauche ich Eisen, dafür brauche ich auch Eisen. Das heißt, ich brauche 6, 8 Eiseningits. Auch 16 müsste reichen. So. Auch 16 müsste reichen. Die Mäuerchen. Da brauche ich hier noch die. Da brauche ich jetzt 2. Dann habe ich die Coils. So, also die Coils kommen in die Mitte. Dann kommt Stahl drüber und drunter. Und das Elektrum daneben, nicht? Oh. Dann brauche ich noch 4. Die habe ich natürlich vergessen. 1, 2, 3, 4. So, das heißt, du kommst jetzt da hin. Du kommst da hin. Ja. Ja. 2, Eisen. Ja, ich glaube, ich habe nur einen gezählt. 2. Oder? Nö. Ja, ich habe schon richtig gezählt. Die war nur nicht. Hä? Ist egal. Egal. Einfach egal. Sag. 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 Und wir haben die 4 Stück. So. Und jetzt als letztes fehlt mir noch der Radiatorblock. Der Radiatorblock ist Kupfer. Wofür brauche ich? 9. Wofür brauche ich? Kriege ich 2 raus? Okay. Hoff, dass mir das reicht. Was brauche ich dazu? Kupfer? Ja. Das ganzen Stack mitnehmen. ich lasse mich da gar nicht mal auf experimente ein also du kommst jetzt in die ecken du kommst dahin radiator 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 und ich brauche noch einmal wasser weil ich den ich habe möchte nicht auch jetzt verschwenden dann kann ich das einräumen dann ich brauche auf jeden fall meinen hammer ich brauche auf jeden fall mal auch jetzt alles was da drin ist und ich habe überall den haken dran sehr gut jetzt aber trotzdem noch mal runter erstens ich nehme mir noch ein paar steinchen mit da kann ich nämlich gleich den fußboden richtig machen und ich kann mal gucken wie weit das meine bienen sind da steht drauf mt weil gleich da drüben drin ist sehr schön also der hat den gleich ausgespuckt ich habe es dann 900 millibuggets mutter gehen drin super einfach super ok dann brauche ich jetzt noch mal mein projektor machen wir das aber auch gleich richtig wo kommt der gleich hin so dann brauche ich jetzt meine blöcke das heißt du kommst dahin das sind meine fünf pipes dann kommt mein casing und meine radiator block da hin er ist dann kommt dahin so dann das buch nach oben so kommst dahin so kommst dahin und normalerweise heißt es dann wenn ich fertig bin da drauf hauen und wir können den wegnehmen der diesel generator ist fertig und der hat keine gui ich sollte mir mal ein bettchen machen da oben auch nicht mehr runter rennen sondern muss ich jetzt dann gleich mal lesen den habe ich auf jeden fall dabei problem problem wird sein der diesel generator jetzt ist die frage hau der diesel generator lv raus hv raus am besten durch den spreng weiß gar nicht ob das möglich ist ich lese mal schnell nach im buch ob da was drin steht es ist strukturist bild vom engineering generator bababa hammer hammer at the bottom corners of the generator ah ok 4600 flux pro tick das heißt das ist hv also das heißt wir nehmen auf jeden fall das ding auch noch mit das heißt ich habe dann auch noch ein lever dabei dass ich ein redstone signal habe mein problem wird es sein dass ich jetzt dann die high end keule brauche um den hv kapasiter zu bauen drei stahl ein bleiblock in aluminium ein noch threaded wood ja bleiblock hammer dann haben wir aluminium das wort er da genau zwei und dreimal stahl richtig richtig wir gucken und ich brauche noch einen block of redstone jetzt richtig zack ich nehme mal mein eimerchen ein ring halt so wo habe ich was drin da habe ich gas drin da habe ich diesel drin eins zwei drei vier ich habe nur dass ein diesel generator mit diesel funktioniert ich habe da mal so eine ahnung das problem wird nur sein ich glaube auch dass ich dann das noch einfüllen muss über tanks so also das erste was ich jetzt brauche ist ein lever der der kommt dahin vier ausgänge her schreibt er hat er die drei muss dann wird jeder vorte der Also, das heißt jetzt du kommst jetzt erst mal hier hin und hast hier dein Input. Kommst da hin. So, und wie muss ich jetzt noch, das brauche ich jetzt aus dem Buch. Fühle es dir beinputt at the bottom corners of the generator. An der Unterseite? Also, das den ich ja verstehe. Aber Unterseite? Joking? Toll, fliegt dann runter. Nicht runterfliegen. Hm. Also, für mich ist das, für mich ist das ein Einfüller. Das Problem ist jetzt halt nur, aber, ähm, braucht er eine Möglichkeit zum Einfüllen? Soll ich jetzt da einfach einen Tank daneben? Ja, wobei, macht eigentlich, würde eigentlich sogar Sinn machen, ne, dass ich dann noch daneben einen Diesel-Tank, äh, äh, hinbaue. Dann wüsste ich sogar, wo ich das ganze Graffel hinfüllen soll. Wenn das halt auch ein Einfüller ist. So, und was brauche ich nochmal für einen Tank? Äh, ein Zaun, ne? Threaded Wood Fence und Iron Sheet Metal 34 Stück. Uhuhuhu. Ich kann mal vergessen, dass wir das jetzt noch schaffen. So, aber auf jeden Fall, der ist jetzt schon mal mit Energie voll. Und der nicht. Und jetzt haben wir mittlerweile 1800 Mutagen da drin. So. Und normalerweise, normalerweise, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Ähm, ich gehe jetzt mal hin. Ich habe jetzt hier eine Kamen und eine Kamen drin. Ja. So. Und ich gehe jetzt mal hin und nehme mir hier eine Drohne raus. Ich, äh, lasse ich weiterlaufen. Selbe auch hier. Und dasselbe auch hier. So, und jetzt heißt das jetzt für mich, ich packe jetzt hier eine Kamen rein. Und hier eine Forest. Und dann sagt er mir, ich kann daraus eine Cultivated machen. Und jetzt drücke ich da drauf. Äh, ich schätzungsweise brauche dann noch das da. Genau. Drücke jetzt da drauf. Und jetzt habe ich, tata, 1000 Millibuckets davon weg. Und ich bekomme eine Queen. Die Frage haben wir uns ja vorhin gestellt, ne? Okay. Dann heißt es jetzt für mich, ich muss runter. Weil ich brauche jetzt nochmal ein Apiary. Weil du bist eine Pristine. So, einen Apiary. Das heißt, ich brauche fünf Volts. Ich brauche impregnated Casings. Das ist kein Ding. Also, wir brauchen davon fünf. Und davon acht. Weil sie es nicht drin haben sollte. Was ich vermute. So. Was brauche ich noch? Slabs. Eine Holzkläpps. Haben wir doch. Dann ist der auch durchgelaufen. Hurra, hurra, ich bin voll. So. Dann, so dahin, so dahin, so dahin, dahin. Und ich habe mein Apiary. Dann lassen wir schön brav Apiary aufstellen. Und schmeißen unsere Cultivated rein. Und die Cultivated, schreib die auch hin, was die braucht. Ja, unsere Cultivated fliegen rum. Wieder nicht nacht, doch. Not day. So. Das heißt jetzt nämlich für mich. Ich habe jetzt dann Zeit, äh, sozusagen, dass äh, ich jetzt dann meine ganzen Videos noch, äh, schneide. Dass wir mal wieder Mengen mehr Content zusammenkriegen. Na, dann können die Bienen nämlich ganz gemütlich laufen. Ja. Oh, ich habe gerade was gesehen. Das ist natürlich jetzt dumm gewesen. Aber klingt nicht anders, glaube ich. Hm. Äh, wie viel hast du drin? 800. Du wirst noch nicht reinkommen. Wenn ich jetzt dich und dich da reinmache, kommt auch eine Cultivated raus. Wenn ich jetzt dich reinmache und dich reinmache, kommt eine Kammel raus. Genau. Geht nicht, weil ich noch zu wenig davon habe. Sehr schön. Das ist super. Ähm, den Apiary den mache ich mit Steady Casings und Pistons. Aber irgendwann will ich jetzt natürlich hier eine ganze Reihe haben, wo die ganzen Dinge hier laufen. Wäre natürlich schön, aber erst, wenn ich das mache, wenn ich auch wirklich alles dann auch hier habe und das vor allem, äh, den Strom von Mechanissen oder von dem Dieselgenerator da hinten. Wenn der genügend raus spuckt, werde ich den nehmen. Auf jeden Fall. So, das heißt, du gehst da hin. Dann gehst, dann hast du hier jetzt dein Output. Du gehst dann hier hin. Das heißt, wir haben jetzt dann hier noch einen einen Switch. Das heißt, hier muss dann der HV zum MV umgewandelt werden. Wird dann auch gespeichert und dann muss dann auch noch hier MV zu LV umgewandelt werden und geht dann hier hin. Weil ich könnte es eigentlich auch über MV anschließen, weil die Dinger brauchen so viel Strom, dass ich mir da nicht sicher bin, dass LV vielleicht sogar schon zu wenig ist. Weil ich glaube, platzen können sie nicht. Ach komm, die letzten, die letzten paar Sekunden warten wir noch. Dann müsste die Kamen auf jeden Fall auch voll laufen. Ja, aber das habe ich wirklich clever gemacht. Natürlich die einzigste Kamen genommen, die ich hatte, die auch sauber gelaufen ist. So, den Imprint kann ich bis auf einen schon mal draußen machen. Den Transposer brauche ich gar nicht. So. So, wir nehmen die Kamen und sie kann laufen. Und jetzt kann ich hier hingehen und auch die Kamen reinschmeißen. Sehr schön. So, ja, weil wie gesagt, ich brauche auf, ich muss mir auf jeden Fall ein paar Industriedinger hinmachen, weil ich brauche, welche Biene brauchen wir noch mal? Ich brauche die, Moment, ich brauche, was ist das? Magic Beasts ist es, glaube ich, ne? Genau, den Bee Collectors Jar. Ich brauche Unusual Pollen. Das heißt, ich brauche die Supernatural. Supernatural mache ich mit der Enchanted und der Charmed. Die Charmed kommt raus aus der Kulte, Welt und der Eldred. Eldred kommt aus dem Mystical plus Cultivated. Also das heißt, ich werde auf jeden Fall genügend Cultivated brauchen. Das heißt, ich muss mir auf jeden Fall auch ein paar, sagen wir mal, drei Cultivated Drohnen züchten. Das wird auf jeden Fall spaßig. und wenn ich die halt ein Leben lang haben möchte, dann sollte ich die halt auch, ja, so bauen, dass die halt ein Leben lang auch funktioniert. Juhu. Ich habe mal wieder ein Honeycomb bekommen. zwei, drei, 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 ja, das ist halt der Nachteil, aber das, wie gesagt, das werde ich dann alles wegkriegen, wenn ich es über diesen Weg mache. Aber ich brauche halt genügend Strom. Das werde ich jetzt einfach mal laufen lassen und vor dem nächsten Mal hoffentlich dann auch den Dieselgenerator zum Laufen kriegen. Na komm, lass mich rein. Und dann werden wir auch hoffentlich dann soweit sein, dass wir dann auch halt ich habe da so eine Vermutung ja das der noch an ist. Jetzt ist er on. Ich muss ihn glaube ich on machen, damit der off ist. Ist egal. Sonst, ich weiß nicht, ob der überhaupt Energie verbraucht, wenn er nicht arbeitet. So, die Tür haben wir schon mal zugemauert. Das heißt, ich kann mich jetzt, ich schließe mich jetzt ein und danke für euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Gerade einen Satz rauskriegen. Wenn ihr Anregungen, Tipps und Tricks habt, wie immer damit in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, Vielen Dank.